Erbpacht kann ein wichtiges Instrument sein, um die Preisspirale bei Grund und Boden, insbesondere in Städten wie Freiburg, zu durchbrechen. Die Fahrtorschein weiterentwickeln, damit auch die Pflegekosten mit einbezogen werden und die Unikliniken als landeseigene Kliniken weiter mit Pflegepersonal stärken. Württemberg möglichst schnell klimaneutral machen und auf den 1,5 Grad bringen, das ist unser grünes Ziel. Durch ein Klimaschutz-Sofortprogramm, Bus, Bahn und das Fahrrad ins Zentrum der grünen Verkehrspolitik rücken, das ist unser Ziel. Das wollen wir unter anderem durch eine Nahverkehrsabgabe erreichen. Die Kitas ausbauen und verbessern, die Elternbeiträge sozial staffeln, das ist unser kurzfristiges Ziel, das langfristige Ziel ist. Dass Kitas als Bildungseinrichtungen umsonst sind.